und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahme survival games hier auf hiv noch zwei sekunden und heute mit mir dabei ist der sort taff aber er spielt nicht mit daher gerade ein paar internetprobleme hat er kommentiert ja ein bisschen und ich spiele dann einfach mal hier eine runde survival games das ist so gut wir sind hier jetzt haben wieder ganz viele spieler geläfft das finde ich jetzt natürlich nicht so geil wir sind 18 spieler und ich werde einfach mal in die mitte rennen wenn es so wenig sind simon spielt kennst du simon spielt ist das vielleicht ungespielt zweiter können könnte ja sein ich weiß nicht ich habe jetzt hier wieder meinen riesen mikro vor der schnauze fachstab start richtig fett vermasselt ja wie immer wo ich habe zwei eisenteile glaubt ne das ist jane auf jeden fall habe ich eine angel das geht einigermaßen noch hier ist gleich noch mal eine was die kann nicht leer sein da ist auch eine ja sehr gut hallo ne leute falls ihr euch fragt warum ich mich die ganze zeit hier lustig mache ähm weil ich kann weil du es kannst ja nein weil ich nicht spielen kann drückt mich ein bisschen auf warst du bei mir gehen ja internetprobleme egal kommt das schaffst du auch ohne mich oder ja da hinten habe ich gesehen da hinten nicht einer ich gucke dann was mit dem internet so los ist und dann komme ich wieder okay mitten in der aufnahme so sind wir auch alleine ich töte den jetzt einfach hier mal ganz kurz wenn ich es schaffe hallo hat es leckt half mal wieder alter ja wie weit vorne bitte wie einfach mal in die andere richtung okay alter warum kriege ich schaden was ist das für ein kack wer bautet immer für diese kack map hier sind doch alles voll behinderte voll mongos ja hier ist noch eine nötig leer die ich auch leer die ich auch leer das ist mit der wo das noch was drin so da war noch eine da ist nichts drin ja gut oh ich habe ja fast kein leben mehr ach du scheiße und ich recke auch nicht was das ist für ein kack alles klar gehen wir mal suchen uns mal kurz eine zweite lobby da oben ist frei jawohl sehr gut so jetzt wollten wir mal also kurz vom mikro weg so habe ich einfach mal hier für die survival game 7 gewartet was das auch immer ist auf jeden Fall will ich nicht catching fire weil das ist mega scheiße und hier muss es irgendwo ein jump and run geben ach ja genau ja so was zum feck was war das jetzt so 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 und jetzt ja gut ich kenne mich hier nicht aus der macht uns ja vor da hoch da hoch kommt das schaffen wir jetzt noch so jawohl jetzt bin ich hier auf dem dach jetzt da rüber oh ich mache das jump and run ich bin fertig mit dem jump and run ja so hast du verloren beim jump and run nein achso ja ich bin schon beim nächsten lol ich habe gerade gedacht da ist ein bekannter von mir drin in der arena aber ich habe mich verlesen gottseidank alt ich hätte mal äh baditz also dabei ist baditzimmer tv auch nicht schlecht so was ist denn das meine toffeefests sind gleich leer echt ich habe auch noch toffeefests unten was ist denn das für eine geile map das sieht aus wie so London oder so 16 sekunden ich weiß nicht ob ich da rein rennen soll oder gleich weg am besten gleich weg gleich weg okay komm ja weil ich das sehe ich schon die kiste wenn ich weg renne wenn ich weg renne geht eigentlich in die hose aber ich habe noch kein schwert ähm was hast du gerade gesagt ich habe eine hose aber kein schwert ich habe auch okay jetzt habe ich wenigstens ein schwert da kommen wir mal nach kommt nein mir kommt niemand nach oh ich habe zwei gold aber das bringt mir eigentlich nicht so viel kannst du dir ein schwert draus machen ich habe ein goldschwert ich habe doch schon eine hose jungs warum gibt ihr mir so hosen du und mich okay ich habe jetzt eine angel auch gut oh ich will auch eine ich will auch eine wie viele kisten gibt es denn hier bitte hallo okay jetzt leckt halb anscheinend vielleicht leckst du und nicht halb überleg dir das mal das wäre schlecht warte hier war doch gerade eine kiste nein komm ich hier rein ja aber da ist keine kiste miau ich bin scheiße ich weiß halt ich gehe mal in die Richtung so das ist ein richtig spieler sehe ich jetzt hier auch nicht und das sind alles öfen keine kisten so ich sehe niemanden warum sehe ich hier niemanden weil du es nicht kannst würde ich mal sagen ne ich kann es glaube ruhig hier ist eine kiste jetzt kann ich schon wieder keine kisten öffnen mein gott ne kann ich nichts gebrauchen von ich muss immer eine leere hand haben ja 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 die kisten öffnen braucht man eine leere hand ja anscheinend seit wann ist das so also ehrlich gesagt ich kann es ich kenne es auch noch nicht aus also das anscheinend ziemlich viel neues hm scheiße So, wenn das jetzt sich jetzt nicht lohnt, hier irgendwie hinzuspringen, wenn da nix ist... Doch, hier ist ne Kiste. Oh, 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 die ist aber gut bestückt. Erstmal ne Pilzsuppe machen. Halt, Gott, ach Gott. So. Also Pilzsuppen sind am besten, glaub ich, oder? Jetzt fürs Pfeilen oder so. Ja, kann ich eigentlich sagen, ja. Oh, sehr gut, ich hab zwei Sticks. Ich seh schon, ich werd mal Ausschau halten, ob da noch irgendwo Kisten sind. Nein, sind sie nicht. Okay, also es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, da nach hinten zu gehen. Wie viel leben denn noch? Nicht mehr viele. So, erstmal zwei Cookies essen. Aber das war halt bloß... Das war bloß einer, okay. Die Kiste hab ich schon... Hm... Lol, da ist Hivejump. Alter, ehrlich gesagt will ich das nicht ausprobieren. Was denn? Da ist so ein Hivejump-Boost. Weil diese Pets da, falls die kennst. Die war um Spawnsinn. Denkst du, dass die da aktiv sind? Ja, glaub ich. Weil die sind so einzelne Inseln hier. Ja, probier's doch einfach mal aus. Nein, ich will nicht. Wenn du's nicht riskierst, wirst du's nie wissen. Doch, weil ich will jetzt da rüber, weil das sind... Kisten... Weil hier sind so, so mäßig viele Kisten. Okay. Und da ist jetzt einer... Bloi, ich kann den nicht schlagen. Doch, jetzt, doch, jetzt, komm schon. Ja, 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 was hattet ihr da dabei? Nix. Okay. Oh, ich brauch halt nur was essen. So. Da schlummeln die Kiste. Die hat er natürlich schon leer gemacht. Alter, vorne waren doch noch Kisten. Jetzt mal gucken, was ich nicht will. Schuhe. Warte, die doch... Na, die nicht, oder? Ne. Okay, die ist leer. Wo waren hier noch Kisten? Boah, scheiße, jetzt hab ich das schon wieder vergessen. Wo die Kisten sind. Wo hab ich denn die gesehen? Ach, hier. Hier, hier, hier. Da schau nichts mehr drin. Das ist doch kacke. Da ist da nichts mehr drin. Da schau nichts mehr. Ah, scheiße. Oder hab ich die schon gelehrt? Oh, das kann auch sein. Wie viel leben denn noch? Sechs. Ne, das hier sind... Leute, kommen wir hier durch. Ach, ich hab hier noch eine Pilze weg. Das ist Essen, das ist Essen. Hab ich einen Pilz? Leider will ich das jetzt auch essen. So. Let's Team. Nein, ihr macht kein Team. Ich bin auch nicht im Team. Oh, du Mitglied. So. Oh, hier ist eine Kiste. Oh ja, da ist noch ein Pilz. Sehr gut. Ist mein... Ist ein Pilz, du? Hä? Ne, kann ich mir... Weißt du, ich kann nicht mehr... Kannst du auch mit mir in den Wald gehen, falls du das haben willst. Oh, Gott. Fußpilze. Fußpilz. Ja, Fußpilz. Oh, äh, ja, ja. Kann man gut in eine Suppe machen. What the fuck? Was ist das? Ist ein Weihnachtsgeschenk hier, lol. Ist hier... Ist hier echt null Kiste. Warum ist hier doch hier... Oh, das sind sogar zwei. Oh, 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 oh. Komm, bitte lass da noch ein Eis drin. Fuck. All die Sticks nehme ich mit. Ich habe ein Eisen. Ach, komm schon. Oh, bullshit, alter. Komm schon. Ich brauche noch ein Eisen. Sticks habe ich schon. Äh, wo ging es hier nochmal runter? Ach ja, genau. Und das wäre so hammer nice mit dem Eisenschwert und ins Deathmatch. Komm, bitte, bitte, bitte. Oh, fuck. Ja, und dann kommt dein Gegner mit einem Diamantschwert, ne? Ja, klar. Das ist immer so. Nee, oder? Oh, oh, 60 Sekunden, dann ist Deathmatch. Ach, du scheiße. Das packst du. Ich glaube an dich. Ich habe nur ein... 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 ein Holzschwert. Ja, und das schaffst du. Wie soll ich das schaffen? Äh, ganz einfach. Ja, sag's mir. Wenn ich es wüsste, würde ich sagen. Das sind halt meine Wüften. Okay, ich sortiere einfach mal. Oh, ich habe doch ein Steinschwert. Oh, Gott, bin ich blöd. So. Alles mal weg. Weg, weg. 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 Hier ist auch null Kiste, Alter. Oh, oh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fuck. Und hallo. Ich gehe gleich erst mal drauf auf einen. Komm. Oh, der hat einen Bogen. Der hat einen Bogen. Wenn ich den töte, dann habe ich einen Bogen. Dann mach das. Töte ihn. Der hat einen Eisenschwert. Nee, der hat eine Ange. Der Eisenschwert. Der Eisenschwert. Scheiß. Jetzt bin ich in die Lava gefallen. Nein. Fuck. Okay. Okay, gut. Guck ich mir noch schnell das Deathmatch an. Und. Okay, die machen Bogen-Bogen-Bogen-Kampf. Das ist sehr langweilig. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, was ist hier für diese Folge. Und. Sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bogen. Um. Okay, Marshadera.